Nachdenkseiten Die kritische Website Dass kein Chinese mehr es wagt, einen deutschen Schäl anzusehen Randnotizen zum Umgang mit China Säkuläre Pfingstbetrachtungen Anno Domini 2023 von Rainer Werning Für gläubige Christen ist Pfingsten laut Website der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD Das Fest des Heiligen Geistes Dieser Geist lässt Menschen einander als Brüder und Schwestern in Christus erkennen Daher gilt Pfingsten auch als der Geburtstag der Kirche Gottes Geist versöhnt und schafft Gemeinsamkeit Er belebt und erneuert die Menschen aber auch individuell Im Leben des Einzelnen setzt Gottes Geist Kreativität frei und ermöglicht Neuanfänge Für alte koloniale Zuchtmeister und neue transatlantische Lehrmeister Bilden aktuell Russland, die Volksrepublik China und die demokratische Volksrepublik Korea, Nordkorea Die Dreifaltigkeit des orientalischen Bösen schlechthin Freilich nicht unbedingt in dieser Reihenfolge Vieles deutet darauf hin, dass sich der Fokus nach der Ukraine immer stärker auf- und gen China konzentriert Kaiserliche Kriegslaune Die Chinesen haben das Völkerrecht umgeworfen Sie haben in einer in der Weltgeschichte nicht erhörten Weise der Heiligkeit des Gesandten Den Pflichten des Gastrechts Hohn gesprochen Es ist das umso empörender, als dieses Verhalten begangen worden ist von einer Nation Die auf ihre uralte Kultur stolz ist Bewährt die alte preußische Tüchtigkeit Zeigt euch als Christen im freundlichen Ertragen von Leiden Möge Ehre und Ruhm euren Fahnen und Waffen folgen Gebt an Manneszucht und Disziplin aller Welt ein Beispiel Ihr wisst es wohl, ihr sollt fechten gegen einen verschlagenen, tapferen, gut bewaffneten, grausamen Feind Kommt ihr an ihn, so wisst Pardon wird nicht gegeben Gefangene werden nicht gemacht Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese mehr es wagt, einen deutschen Scheel anzusehen Zitat Ende Mit diesen Worten, die als Hunnenrede in die Annalen der Geschichte eingehen sollten Verabschiedete Kaiser Wilhelm II. am 27. Juli 1900 in Bremerhaven deutsche Soldaten Die im Rahmen eines internationalen Expeditionskorbs zur Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands nach China entsandt wurde Dort war es verstärkt zu antiwestlichen Protesten gekommen In deren Folge Ausländer, darunter auch der deutsche Gesandte Clemens von Ketteler Und chinesische Christen ums Leben kamen Es war die Hochzeit einer heraufbeschworenen gelben Gefahr Die ursprünglich in einschlägigen Schriften in Britannien geschürt und hernach als propagandistische Allzweckwaffe Zum integralen Bestandteil eines jeden Sturmgepäcks europäischer und US-amerikanischer Truppen wurde China war zu jener Zeit ein Spielball kolonialen und imperialen Schacherns Wo neben Japan, den USA und dem zaristischen Russland Noch das Vereinigte Königreich Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn Und eben auch das Deutsche Kaiserreich politische, militärische und wirtschaftliche Interessen verfolgten Letzteres kontrollierte immerhin seit dem 6. März 1898 qua erzwungenem Pachtvertrag Mit dem Kaiserreich China-Kiaochu im Süden der Shandong-Halbinsel Ein Gebiet, das nicht zuletzt dem Wunsch der kaiserlichen Marine nach einem Flottenstützpunkt in Ostasien entsprach So martialisch sich auch und gerade europäische Mächte in China gebärdeten So sehr ist dennoch die Tatsache hervorzuheben Dass es in dieser Zeit eine Vielzahl herausreichender Sinologen und China-Landeskenner gab Unter denen deutsche Gelehrte wie beispielsweise Alwin Wilhelm Otto Franke Sein Sohn Wolfgang Franke, Wilhelm Grube, Erich Hänisch, Richard Wilhelm und Hans-Georg Konon Von der Gabe Lenz international hohes Ansehen genossen China, China, China Eine große Zäsur in der Geschichte Chinas nach Jahren außenpolitischer Demütigungen Innenpolitischer Turbulenzen und der harschen Zeit unter der Knute des japanischen Kolonialismus Seit Mitte der 1930er Jahre Bildete die Ausrufung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 durch Mao Zedong Als schließlich unter seiner Führung die Kommunistische Partei Chinas Mitte der 1960er Jahre Die sogenannte große proletarische Kulturrevolution entfachte Haute das im beschaulichen Bonn Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger dermaßen vom Hocker Dass er 1969 auf dem Dortmunder Wahlkonvent der CDU unversehens mit dem Kassandra-Ruf Ich sage nur China, China, China Jeweils ausgesprochen als China Auf seine Art neuerlich die gelbe Gefahr beschwor In schrillem Kontrast dazu setzten weltweit marxistisch-leninistische Parteien und Zirkel auf das chinesische Modell Und sahen in der Kulturrevolution ein probates Mittel, eine revisionistische Entartung à la Sowjetunion zu vermeiden Trefflich merkten dazu vier Jahrzehnte später die Organisatoren des China-Forums Germersheim Anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Beijing 2008 an Zitat Ende der 1960er Jahre warnte der damalige Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger mit den Worten Ich sage nur China, China, China Vor der Volksrepublik China als der gelben Gefahr Zwar scheint sich inzwischen allgemein die Einsicht durchgesetzt zu haben Dass angesichts der wachsenden Bedeutung Chinas Eine fundierte Auseinandersetzung mit der Volksrepublik nicht nur notwendig Sondern vor allem auch im eigenen Interesse ist Vor dem Hintergrund einer verhältnismäßig großen kulturellen Distanz weit verbreiteter Unkenntnis Und, wenn überhaupt, meist nur lückenhaft vorhandener Sprachkenntnisse Sind einer soliden Beschäftigung mit China allerdings notwendigerweise enge Grenzen gesetzt Dies zeigt sich insbesondere in der Darstellung Chinas in deutschen Massenmedien Wie auch schon in den 1960er Jahren orientiert sich die China-Berichterstattung meist an Vorstellungsbildern Die sich im Laufe der Geschichte in Europa und Deutschland herausgebildet und verfestigt haben Diese historischen China-Bilder, etwa eines einerseits märchenhaften, vorbildhaften, mystischen Und andererseits widersprüchlichen, despotischen oder gefährlichen China Sind durch eine entweder extrem positive oder extrem negative Sichtweise gekennzeichnet Sie stehen exemplarisch für die Fülle an Projektionen und Wunschvorstellungen Fasziniert von der eigenen Großartigkeit Und im Sinne der von Bundeskanzler Olaf Scholz beschworenen Zeitenwende, die keine ist Wird anstelle von Diplomatie die exterminatorische Sehnsucht einer Frau Baerbock nach Ruinierung Russlands genährt Woran sich tunlichst auch der systemische Rivale Chinas angesichts seiner wachsenden politischen Wie wirtschaftlichen Bedeutung zu beteiligen habe Die Ostasienreise der Außenministerin Mitte April fand in Südkorea und Japan Baerbock Hu so gut wie kaum Beachtung Während ihr Auftritt in Beijing vom chinesischen Kollegen King Gang abgewatscht wurde mit der Erklärung China braucht keine Lehrmeister aus dem Westen Der Kolumnist der in Hongkong erscheinenden Tageszeitung Faust China Morning Post Alex Lowe Brachte den Auftritt der obersten deutschen Wolfskriegerin in der Ausgabe vom 14. April auf den Punkt Als er süffisant sarkastisch konstatierte Zitat Wenn eine frühere Friedensaktivistin zum neokonservativen Interventionismus amerikanischer Prägung konvertiert Kann sie übermütiger sein als der durchschnittliche Pentagon-General Hier haben wir Annalena Baerbock, Deutschlands kriegerische Außenministerin Die nach Peking reist, um China aufzufordern, sich zu benehmen und Anweisungen zu befolgen Oder sonst? China trägt eine besondere Verantwortung für den Weltfrieden, sagte sie im Vorfeld ihrer Reise Die Rolle, die China mit seinem Einfluss gegenüber Russland spielt Wird Konsequenzen für ganz Europa und für unser Verhältnis zu China haben Ganz oben auf meiner Agenda steht unser Interesse, den Krieg vor unserer europäischen Haustür in der Ukraine zu einem schnellen, dauerhaften und gerechten Frieden zu bringen Lassen Sie mich also Ihre Warnung vor China verstehen Der kollektive Westen hat unendlich viele Waffen und militärische Ausbildung geliefert und Echtzeitinformationen über russische Truppenbewegungen und Ziele bereitgestellt Aber es liegt in der Verantwortung Chinas, Russland aus der Ukraine zu vertreiben Baerbock erinnert mich an ein Internet-Meme, das vor einiger Zeit aufkam Tut mir leid, aber ich kann dich nicht hören, weil ich so großartig bin Es scheint, als sei sie so fasziniert von der Großartigkeit ihres kirchlichen Kriegsgeschreis dass sie sich nicht die Mühe macht zu beurteilen, wie sie für andere klingt Wahrscheinlich ist sie zu sehr an die Beweihräucherung und die Jubelrufe Deutschland wird seiner historischen Verantwortung bewusst bla 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 im NATO-Hauptquartier und in Washington gewöhnt Zitat Ende Hätte nur noch gefehlt, Frau Baerbock allenfalls die Fähigkeit zu attestieren unter der Ägide von Madame Victoria Nuland als stellvertretende Hilfsvolontärin zu dienen Wenn man in diesem Zusammenhang den diversen Stimmen US-amerikanischer Militärstrategen, Geopolitiker und politischer Falken in Washington lauscht, die der Publizist Conan Freeman in seinem jüngeren Beitrag zitiert gefriert einem das Blut in den Adern Kein Wunder, dass da der am vergangenen Wochenende im japanischen Hiroshima zu Ende gegangene G7-Gipfel in Being in geharnischtem Tonfall kommentiert und in chinesischen Karikaturen Uncle Sam als Puppenspieler präsentiert wurde der seine sechs Vasalen stramm auf Linie bringt und sie nach seiner Pfeife tanzen lässt Wie tröstlich in einem trostlosen Jammertal wirkt da geradezu Pfingsten Zitat In der Pfingsterzählung Apostelgeschichte 2 ist das Pfingstwunder ein dramatisches Ereignis mit Brausen vom Himmel Apostelgeschichte 2 2 Die vom Geist ergriffen wurden, konnten plötzlich fremde Sprachen sprechen und verstehen Zitat Ende Denn nun verstehe, wer es nennen will Unter dem Artikel finden Sie insgesamt 10 Fußnoten Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Und wenn Sie eben, gerne unseren Kanal abonnieren und einen Kanal abonnieren und ein wenig interessantes Ihr habt gesprochen, dann können uns auch bei uns abonniere